Wir sind jetzt ganz in der Nähe vom Bunker. Hier ist der Baldschon. Dann sehen wir uns gleich am Bunker wieder. Guck mal was da oben ist. Hi Leute, hier sind wir wieder. Jetzt gehen wir in den Bunker rein. Genau. Okay, wir probieren jetzt die Tür aufzumachen. Hi Leute, da sind wir wieder. Wir sind jetzt im Bunker. Brauchten ein paar Versuche um reinzukommen. Nachher haben wir uns noch ein Brecheisen geholt. Dann ging es auch. Hier sind die alten Schwellen vom Bunker. Da sind wir hier und da. Da ist der alte Gasraum. Dann wollen wir jetzt auch mal reingucken. Alter, riecht sehr verbrannt. Hi Leute, da sind wir wieder. Also, wir mussten gerade einmal kurz abbrechen, weil da war irgend so ein großes Ziel oder so. Wir sind da jetzt lieber weggegangen. Wir sind jetzt hier in so einem anderen Raum. Und gucken jetzt, was hier so drin ist. Boah, scheiße. Alter. What the fuck, habe ich mich erschrocken. Ey, guck mal, da sind Pokale. Jo. Hier ist auch echt gruselig, ne? Woher kommen die? Zwei Kartpokale haben wir da fürs Kartfahren. Boah. Oh, der war ganz verdreckt. Ein bisschen sogar gerostet. Ein Würfelbecher. In einer Plastiktüte drin. Ein ganz großer Pokale, da kommen wir jetzt nicht dran. Ein paar Tonsachen. Boah. Oh, da hinten ist eine alte Carrera-Bahn. Eine ganz alte. Hier ist schon mal alt. Also, Leute, damit beenden wir heute das Video. haben Sie確 nicht so ос direction machen können und da werden. Oh, jetzt geht es jetzt gleich um, ein bisschen zu augeat. Also, das ist ein Prozent Backpokale bei der echekon unter def nothing und ist schon weg und